Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Versionssprung von Version 9 auf V10 macht. Und natürlich kommen jetzt bestimmt dann tausende Kommentare. Okay, tausende sind ein bisschen übertrieben, aber es kommen Kommentare, wo spezifische Fragen zu spezifischen Update-Problemen kommen. Da möchte ich euch direkt auf den Slack von Typo3 verweisen. Da ist eure erste Anlaufstelle, wo ihr fragen könnt. Ansonsten aber auch Stack Overflow. Ich weiß nicht, ob ich euch bei Extensions, Upgrades oder was weiß ich, was helfen kann. Das, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist ein grundsätzliches Upgrade, wie eine Seite ohne große Extensions oder selbstgeschriebene Extensions, die vielleicht noch für ältere Versionen oder sowas gelten, wie man die updatet. Es geht jetzt wirklich nur um das Core-System und dass wir im Endeffekt das, was wir jetzt gerade hier sehen, also unseren Manual-Processor hier und unser Hallo-Welt-News-Beitrag, nee, ist, glaube ich, ein Content-Element, und unsere Seitenstruktur und sowas, dass das alles auf die V10 jetzt gehoben wird. Ihr erinnert euch, wir haben ja mit der 9.5.20 angefangen. Natürlich wäre hier wichtig, dass wir einen Sprung erstmal auf die neueste 20er, also 9.5.20er-Version machen. Ich glaube, das ist gerade die 26, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, irgendwie sowas war das gewesen. Und dann einen Sprung auf die V10 machen. Wenn die V11 auch dann irgendwann mal raus ist, das wird jetzt, denke ich mal, im Oktober sein, dann kann man natürlich vielleicht auch mal dazu ein Video machen. In dem Sinne bin ich bestimmt auch schon ein bisschen weiter mit dem Side-Package, was ich ja noch installieren möchte, dass wir unser eigenes Design-Template da integrieren können und unsere eigene Typo-3-Seite sozusagen komplett von unserem eigenen Design übernehmen können. Dazu wollte ich aber jetzt gerne einmal auf die neueste Version hochspringen und das wollte ich einfach mal in diesem Video machen. Die Seite läuft übrigens unter uhpage.eu. Das ist die Subdomain für unsere unitedhosting.eu. Nicht wundern, unitedhosting.eu ist mein eigenes Projekt, was ich jetzt seit ungefähr drei Jahren am Laufen habe, wo, gucken wir mal die Statistiken, gut 1500 registrierte Benutzer sind und 1200 aktive Abonnements. Ihr bekommt dort einen kostenlosen Webspace mit einem Gigabyte Speicher, unendlich Traffic, was zwölf Monate läuft und so weiter und so fort. Das seht ihr alles hier. Einfach mal united-hosting.eu eingeben und dann seht ihr schon, worum es da geht. Ja, gut, dann fangen wir am besten einfach mal mit dem Video an. Die Eigenwerbung stinkt natürlich, aber muss auch mal sein, dass mein Projekt auch mal hier ein bisschen vorankommt. So, wir fangen also an. Das Erste, was wir machen können, dafür brauchen wir jetzt noch keinen FTP-Zugang. Das solltet ihr aber auf jeden Fall auch schon mal vorbereiten. Ich bin jetzt hier schon eingeloggt in meinem UH-Page FTP. Da funktioniert übrigens auch SSH und natürlich solltet ihr die Installation so gemacht haben, dass es eine Simlink-based Installation ist. Also das, was ich euch beim allerersten Video gezeigt habe, wie ihr euch Typo3 installiert mit diesen Simlinks hier, weil dadurch sollte die Installation relativ einfach gehen. Wir probieren jetzt mal das manuelle Versions-Update und danach machen wir das Upgrade auf die V10. Also wir gehen hier einmal unter Upgrade bei der V9. Bei der V8 und V7 und noch älter und sowas ist das das Install-Tool, wo ihr da auf Update gehen müsst. Da kann ich jetzt aber gerade keinen direkten Support zu geben. Dafür müsste ich mir eine 7er oder 8er Version machen. Gut, also wir haben jetzt hier unsere 9.520er und wir können mal unter get.typo3.org gucken. Welche denn die neueste 9er ist? Und das wäre die 9.526. Die könnten wir uns jetzt einfach hier direkt runterladen. Hier zum Beispiel mit WGET oder sowas. Das Tolle ist, Typo3 kann das aber auch selber und zwar über Update Typo3 Core. Da das jetzt hier ein Testsystem ist und noch nicht wirklich viel drauf ist, interessiert es mich nicht, falls die Seite irgendwie kaputt geht oder nicht. Macht bitte, bevor ihr auf diesen Button drückt, macht bitte ein Update. Bitte von der Datenbank und von den Dateien und vor allem der Vorteil ist, wenn ihr das hier über meinen Webspace macht, dann könnt ihr einfach theoretisch ganze Dinge einfach hier nehmen. Dann diesen Benutzerbefehl und dann tar.gzip. So, und dann macht ihr euch daraus ein Archiv. Ihr ladet euch das runter und schwuppdiwupp sind alle eure Sachen abgesichert. Natürlich müsst ihr noch die Datenbank einmal updaten. Dafür müsst ihr euch ins Kundenpanel einmal einloggen, ins Plasp-Panel und per PHP My Admin den Datenbankdump runterladen. So, das haben wir jetzt alles vorbereitet. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich das jetzt alles gespeichert habe und jetzt möchte ich einfach mal hier auf Update Core gehen und dann gucken wir mal, ob wir jetzt gerade Updates verfügbar haben. Und ja, wir sehen jetzt hier, das ist die 9526, die wir verfügbar haben und jetzt klicken wir mal auf den Klick für Update. Jetzt lebt er sich im Hintergrund alles runter. Der entpackt jetzt die Core-Version und wenn wir jetzt die Website neu laden, dann sollte grundsätzlich, ja seht ihr schon, hier die 9526 geladen sein. Wir gucken auch mal kurz, ob unser Frontend noch funktioniert. Einfach mal hier mit SDRG R5 neu laden. Sieht sehr gut aus. Ich lösche trotzdem nochmal den Cache vorsichtshalber. Lädt ein bisschen länger, aber das ist nicht so schlimm und wir sehen hier, das sieht alles sehr gut aus. Und auch unser YouTube-Video wird hier noch geladen. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So, jetzt sind wir auf diese Version hochgesprungen, die 9526. Was ich auch weiß, die 25 war ein Sicherheitsupdate. Deswegen alle Leute, die hier noch mit der 9525 arbeiten, die sollten sich jetzt ganz, ganz böse schämen, weil seit ein paar Tagen das Sicherheitspatch raus ist und ihr dringend updaten solltet, denn diese Patches sind dringend notwendig. Wenn es sicherheitsrelevante Updates sind, dann solltet ihr die definitiv machen. So, bei meiner Update, also bei Updates an sich, also hier zum Beispiel Core-Updates oder sowas, ist es grundsätzlich nicht der Fall, dass irgendwelche Breaking Changes da sind. Ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie bei einer 7er Version oder sowas, Breaking Changes, bei den Minor Versions gewesen ist, was zu Problemen geführt hat, weil die Datenbank dafür angepasst werden musste. Und das ist natürlich bei Live-Systemen oder sowas, ist das schrecklich, das zu machen. Naja, aber wahrscheinlich hat die Type 3 daraus gelernt und ich habe seitdem auch bisher keine Database Changes oder sowas mehr gesehen. Es kann sein, dass ich das mal grob bei V10 nochmal gesehen habe, aber grundsätzlich sollten solche Minor Updates, also mit der zweiten Version hier am Ende, sollten relativ problemlos sein. So, wir haben jetzt unser System auf 9526 und jetzt wollen wir das Ding mal auf die 10er hochbringen. Dazu gucken wir nochmal hier unter Get Type 3 und wir gucken, ah ja, hier ist die 11 rausgekommen und die soll, wann übrigens rauskommen? Oh, wurde verschoben. 16.03.2021. Gut, ist auch egal, wir laden uns jetzt hier die 10er runter, das ist die 10.4.14 und wir klicken hier auf Get Version und dann lade ich mir das hier einfach über Wget runter, weil das ist für mich, zumindest für den Webspace hier, der einfachste Weg. So, in unserem Root-Verzeichnis, also bei mir in dem Fall unter HTTP-Docs, haben wir ja unser typo3-src-9.5.20. Ich lade mal neu, dann ist es 26. So, und jetzt können wir im Endeffekt, wir räumen später auf, jetzt können wir im Endeffekt Benutzerbefehle eingeben. Hier auf Eingeben drücken und einfach mal diesen blöden Befehl eingeben. So, und jetzt sagt er hier eine Fehlernachricht, das ist ein, aha, no problemo. Wenn es einen SSL-Error gibt, dann benutzen wir den anderen Befehl einfach. Benutzerbefehle, so. Jetzt machen wir das hier einfach hier vor. Damit ignorieren wir das Zertifikat, klicken hier auf Download. Und jetzt kommt jetzt noch eine ganz große Fehlermeldung, da müsst ihr euch nicht wundern, das ist halt WinSCP. Das ist schon okay, weil wenn wir jetzt hier einmal diesen Pfad hier neu laden, dann sehen wir jetzt hier, dass er uns diese typo3-src-10.4.14 runtergeladen hat. So, die wollen wir jetzt einfach mal entpacken. Dazu benutzen wir Benutzerbefehle und sagen anta.gzip. So, das dauert jetzt, je nachdem wie schnell euer Server ist, nicht so lange, aber wir sehen, das hat jetzt, das ging jetzt super schnell. Die hier können wir jetzt einmal wieder löschen und jetzt sehen wir hier, das ist unsere 10.4.14. So, und bei einem Major Update, also einem Upgrade von der Version, müssen wir im Endeffekt bei hunter.uhpage.eu einfach nur den typo3-src-Symlink löschen. Deswegen sage ich ja, ihr müsst, also das Beste ist, wenn ihr entweder eine Composer-Installation habt oder eine Symlink-Based-Installation, weil das ist jetzt super easy. Wir müssen im Endeffekt einfach nur neu diesen Symlink anlegen und zwar unter typo3-src und verweisen jetzt nicht auf die 9.5.20, sondern auf diesen Ordner 10.4.14, den wir jetzt gerade entpackt haben. So, dann sind unsere Symlings wieder da, die index.php, die typo3-src und die typo3. So, und es kann jetzt sein, dass das Frontend nicht mehr funktioniert, aber dafür haben wir jetzt das Install-Tool. So, ich logge mich auch gar nicht jetzt hier irgendwie ins typo3 ein, sondern gehe direkt auf install.php. So, und dann sagt er uns jetzt hier, das Install-Tool ist gerade noch verschlossen. Wir müssen also eine Datei anlegen, die heißt enable-install-tool. No problemo, dafür machen wir hier eine neue Datei, nennen die enable-install-tool, klicken auf OK. So, bei mir öffnet sich jetzt false-code. Ich muss jetzt einmal auf Speichern drücken, damit er diese Datei hier hochlädt. Das seht ihr jetzt hier. So, und jetzt hat er sich die hochgeladen und wir können jetzt hier einmal die Seite neu laden und dann sehen wir nichts, weil ich die unter dem falschen Pfad gemacht habe. Und zwar muss diese Datei unter typo3-conf gepackt werden. Wahrscheinlich wäre der einfachste Weg gewesen, das Ding dann einfach zu verschieben. So, hier vorschreiben wir jetzt typo3-conf-enable-install-tool. So, dann ist das Ding jetzt hier im typo3-conf-Ordner gelandet und wenn wir jetzt hier die Seite neu laden, müsst ihr uns das Install-Tool begrüßen. Da unsere Session noch aktiv gewesen ist, müssen wir jetzt nicht das Install-Tool-Passwort einmachen. So, ich bin jetzt hier im Install-Tool und das allererste, was ich mache, ist, das kann manchmal nicht funktionieren, wenn zum Beispiel die Extensions oder sowas nicht funktionieren. Einmal Flush. Ja, wie ihr seht, das kann mal sein, dass hier eine Extension oder sowas nicht funktioniert. Dazu sollten wir dann einfach mal in die Package-Stages reingehen und gucken einfach mal, ob hier irgendwas kaputt ist. Aber das sieht gut aus. Wir haben ja jetzt auch keine Extension oder sowas von extern, von daher müssen wir uns darüber keine Sorge machen. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Upgrade-Wizard. Danach können wir auch später den Cache löschen. Wir gehen einmal hier auf Upgrade und gehen hier auf Run Upgrade-Wizard. So, und jetzt gibt er uns hier eine Liste. Das Tolle ist, der Versionssprung zwischen 9 und 10 ist relativ simpel und einfach. Der muss nur ein paar Tabellen anlegen und dann muss der ja hier und da vielleicht noch was für sich was machen. Hier können wir jetzt auf Create Missing Tables and Fields machen, klicken. So, und dann sagt er uns jetzt hier, dass wir vielleicht ein paar Extensions installieren müssen. In meinem Fall, weil sowieso HTTPS erzwungen wird, brauchen wir zum Beispiel RSA auch nicht. Also können wir hier einfach auf No, Don't Execute klicken. Perform Updates, dann wird das als fertig markiert sozusagen. Frontend Edit wollen wir auch nicht haben. Hier noch das Task Center. Das ist vielleicht für einige wichtig, für mich jetzt in dem Fall nicht. Die Sys Actions, nee, brauchen wir auch nicht. Das sind alles halt Extensions. So, und dann haben wir noch hier Migrate Frontend Login Plugins to Use Prefix Flexform Keys. Das ist eine Sache, die hat anscheinend direkt mit dem System zu tun. Die müssen wir machen. So, und jetzt ist unser Upgrade-Wizard auf 100%. Achtet einfach darauf. Im Endeffekt ist es wichtig, dass ihr den Upgrade-Wizard auf 100% kriegt. Natürlich kann es hier und da zu Problemen kommen. Da solltet ihr aber definitiv nach den Fehlern direkt googeln oder schauen, wenn ihr nicht wisst, was es ist. Viele Sachen wiederholen sich dann auch bei anderen Seiten oder sowas, wenn ihr die upgradet. Und im Endeffekt, das war es jetzt schon. So, bevor ich jetzt aber jetzt das Backend nochmal lade, gehe ich nochmal auf Maintenance und lösche nochmal den Typo 3er und PHP Cache. Jetzt sollte der auch löschbar sein. Wie ihr seht, und jetzt klicke ich nochmal auf Dump Autoload. Im Endeffekt können wir auch nochmal kurz hier die ganzen temporären Dateien löschen. Das ist aber nicht notwendig. Mache ich jetzt einfach mal so, weil dann wird wirklich alles zu 100% neu geladen. So, dann switchen wir zum Backend und dann müsst ihr uns eigentlich schon das V10 Backend begrüßen. Wenn wir alles richtig gemacht haben, sehen wir hier, jetzt ist unsere Version hier auf der 10.4.14. So, und wenn wir unter Page unsere ganzen Seiten noch sehen und unter der File-List unser File-Admin noch gut funktioniert und so weiter und so fort, dann haben wir eigentlich das Update einigermaßen richtig gemacht. Jetzt ist natürlich noch wichtig, jetzt müssen wir auch gucken, ob das Frontend noch funktioniert. Gut, testen wir mal und er sagt hier, jo, alles klar, passt, er lädt alles, die Seiten sind erreichbar und wir sehen hier, die Seite funktioniert. Das ist jetzt, meine lieben Leute, ein super einfaches Beispiel gewesen. Wir haben jetzt keine Extensions oder sowas installiert gehabt, deswegen lasst mich euch da nochmal ein paar kleinere Tipps geben. Wenn ihr eine Extension-freie oder minimale Extensions da habt, deaktiviert bitte trotzdem alle Third-Party-Extensions. Das ist super wichtig, weil die müssen auch geupdatet werden, aber die können manuell dann später unter Extensions und wenn man sich dann hier einmal die Extension-Liste neu lädt, können die darüber geholt werden. Oh, so lange habe ich kein Update mehr gemacht. Holy shit. Krass. Dann sind da und da bestimmt neue Versionen gekommen und so weiter und so fort. Aber in jedem Fall deaktiviert die Extensions vorher, bevor ihr das Upgrade macht, also bevor ihr auch den Zoom-Link neu setzt und sowas und das erste Mal euch ins Backend-Install-Tool einloggt oder sowas, deaktiviert Third-Party-Extensions. Super wichtig. So, der zweite Tipp. Das ist jetzt aber ein Best-Practice für Agenturen, denke ich mal hauptsächlich. Macht einen Content-Freeze. Wenn ihr Backend-User habt, die aktiv Content pflegen, in meinem Fall ist das natürlich hier nicht so, aber wenn ihr solche User habt, dann sagt dem Kunden Bescheid und sagt dem, Leute, wir machen jetzt einen Content-Freeze, bitte keinen Content pflegen. Und mit bitte keinen Content pflegen meine ich, wir deaktivieren die Benutzer-Konten, bis wir mit dem Upgrade durch sind. So, natürlich können die auch nebenbei auf der alten Seite, weil meistens richtet man sich ja bei einem Upgrade oder sowas in Staging-Area ein, dann können die im Endeffekt einfach sagen, okay, wir pflegen jetzt den Content noch auf der alten Seite. Dann ist aber der Kompromiss dafür, dass wir im Endeffekt auf der neuen Seite den Content nachpflegen müssen. Wenn die mit dem Kompromiss einverstanden sind, dann ist es vollkommen egal. Dann werden die trotzdem gesperrt, die Konten, aber im Endeffekt dürfen die dann trotzdem noch Content machen. Also, es ist so eine Art Best-Practice, denke ich mal. Schätze ich mal. Checkt auf jeden Fall auch euer Template. Am besten einfach mal hier direkt aufs Template reingehen, dann auf den Template-Analyzer und dann View the Complete TS-Listing. Schaut nach, ob irgendwo gelbe Dinge aufploppen, da mein Text jetzt hier relativ simpel ist. Lukas Acker-Hunter, ach du Scheiße. Da das jetzt hier relativ simpel ist, ist hier nicht wirklich viel Typoscript drin, aber es kann manchmal sein, dass hier so Fehler sind. Das meckert das Typo 3 dann aber auch an und zeigt in so einer gelben großen Schrift an, wo der Fehler ist. Was natürlich auch noch wichtig ist, wenn ihr irgendwelche selbstgeschriebene Extension habt, dann müsst ihr definitiv die auch nochmal durchchecken. Da gibt uns Typo 3 Gott sei Dank im Install-Tool ein super geiles Tool, was uns zeigt, was ist deprecated, was funktioniert gar nicht mehr, was sollte man für die nächste Version zumindest mal updaten. Das können wir unter Check Extension Compatibility machen. Nein, meine ich nicht. Ich meinte Check Extension Files. Das ist jetzt hier nicht der Fall, weil wir keine Extension haben oder sowas. Da zeigt er uns dann, also um das grob zu sagen, eine Liste an Änderungen an. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf die anderen draufgedrückt habe. Aber auf jeden Fall zeigt er uns dann eine Liste an, was wir alles anpassen müssen. Das ist natürlich nicht der Weg zum Erfolg. Natürlich gibt es auch andere Sachen, die das Typo 3 vielleicht auch gar nicht bemerkt oder gar nicht anmeckert oder sowas und die Extension trotzdem nicht funktioniert. Da muss man natürlich dann auch gucken, dass es dem neuesten Stand von X-Base oder sowas, ja, dass der neueste Stand davon programmiert wurde. Aber das kann man, ich glaube auch, ja genau, hier in der Upgrade-Dokumentation nachgucken. Hier sehen wir viele Features. Nochmal, oh, hier haben wir Breaking Changes sogar bei der 10.4, 10.4.14. Was haben wir denn mal, was man schnell und einfach hier nehmen kann? Was nehmen wir denn da mal? Hier. Das klingt auch interessant. Defining the side title in the Sys-Template-Record, Sys-Template-Side-Title-Field, has been deprecated and should not be used any longer. This field, database and TCA, will be removed in V11. Also in der V11 sollte dieses Side-Title vom Sys-Template entfernt werden. Das heißt nicht, dass es jetzt in der 10er nicht mehr funktioniert. In der 10er funktioniert das noch. Aber das ist jetzt schon unsere erste Warnung. Okay, in der 11-Version wird das nicht mehr funktionieren. Also wir können keinen Seitentitel mehr setzen. Ich schätze mal, damit ist das hier gemeint unter Template und dann hier Title. Wahrscheinlich. Oder, nee, Entschuldigung, nicht Title, sondern Side-Title. Handlers-Typo-3-Seite 1. So, wenn ihr diese ganzen Sachen beachtet, dann solltet ihr eigentlich ziemlich good to go sein, dass ihr ein Upgrade durchführen könnt. Das hat jetzt, wie gesagt, nicht die Extensions betroffen, weil die müssen dann halt, wie gesagt, manuell nochmal mit geupdatet werden. Aber da habt ihr dann über das Install-Tool auch nochmal Möglichkeiten zu checken, was muss upgedatet werden. Ja, und das war es auch eigentlich schon. Mehr ist es nicht. Ja, das klingt jetzt so einfach. Mehr ist es jetzt nicht. Also es ist natürlich definitiv tausendmal mehr, wenn ihr Extensions oder also Third-Party-Extensions da am Laufen habt oder größere Versionssprünge habt. Wie gesagt, die 9er auf 10 ist relativ simpel, weil da nicht viel gemacht werden muss. Aber zum Beispiel die 7er auf eine 10er, da sind extrem viele Schritte zu machen. Einen letzten Tipp habe ich noch, das fällt mir jetzt gerade ein. Wenn ihr Versionssprünge macht, also von der 7 auf eine 10 zum Beispiel, dann würde ich immer empfehlen, geht von der 7 auf die 8, von der 8 auf die 9, von der 9 auf die 10 und so weiter und so fort. Bei der 7er und 8er ist es sehr oft so, dass noch das CSS-Style-Content genutzt wird. Da solltet ihr dringend euch einfach mal angucken, wie man CSS-Style-Content zu Fluid-Style-Content migriert. Das hat nicht nur Performance-Gründe, sondern auch einfach damit zu tun, dass es in der V10 gar nicht mehr unterstützt wird. Ich weiß gar nicht, ob das in der V9 noch unterstützt wird. Ich glaube, selbst in der V9 wird das nicht mehr unterstützt. Also in der V10 auf jeden Fall nicht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass das nicht mehr in der V10 unterstützt wird. Was auch nicht mehr unterstützt wird, ist das File-Template. Typo 3 V10 unterstützt nur noch Fluid-Templates. Und was ist mit Fluid-Style-Content? und Fluid-Templates und sowas auf sich hat? Das sehen wir im nächsten Video, weil da will ich nämlich das erste Site-Package anlegen, sodass wir unser Design installieren können. Worauf ihr euch vielleicht schon mal ein bisschen freuen könnt, ist mein Design. Das habe ich nämlich auch endlich fertiggestellt. Das wird diese Website, eine mobil optimierte Website für die unitedhosting.eu, außer dass ich die umbenennen werde. Und dazu werde ich ein komplettes Video machen. Also wie wir dann im Endeffekt diese Menubar hier machen, den Language-Menu-Processor, verschiedene Buttons, auch hier so ein Zweispalter-Design mit einer Form, die auf eine andere Seite weiterleitet, mit diversen verschiedenen Content-Elementen, mit der Integration von TX News, hier ein Dreispalter mit Grid-Elements und nochmal so ein Halb-Spalter, auch nochmal mit Grid-Elements und so ein Footer, so einen speziellen Footer. Natürlich alles in Multilanguage, wie gerade gesagt, dass man einfach sozusagen auf Deutsch oder am Englisch schwitzen kann. Es tut mir sehr leid, ich war heute den ganzen Tag arbeiten und wir haben es jetzt schon wieder 20 nach 9. Ich bin so ein bisschen ausgepowert. Ja, das sehen wir dann in den nächsten Videos. Ich hoffe, da kriege ich jetzt hoffentlich mal ein bisschen Zeit in Zukunft zu. Es ist momentan ein bisschen stressig, aber ja, ich denke, ich hoffe, ich kriege das hin. Alles klar, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selbstausprobieren. Wenn ihr Fragen habt, direkt in die Kommentare und lasst natürlich ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, bis dann. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.